Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Minecraft Forever Stranded. Ich weiß gar nicht, was ich gestern gesagt habe. Minecraft Forever Stranded und heute wollen wir mal weitermachen mit den Quests hier erstmal rund um die Tiereier. Da muss ich jetzt erstmal ein paar Goldnuggets holen, beziehungsweise wahrscheinlich insgesamt. Oh, ich dachte, hier ist mein Kellereingang, aber ist ja gar nicht. Wir brauchen ein paar Goldnuggets. Dann nehme ich einmal die raus. Das sind erst acht. Dann nehme ich mal davon ein bisschen was. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich brauche fünf. Ich brauche fünf dafür, ne? Fünf, äh, fünf davon. Das heißt, ich brauche 45, 45 Goldnuggets. Da drunter läuft gar nichts. Alter, ist die ganz schön teuer, ne? Für so eine, für so ein Rabbit. Aber okay. Ich mache die Quests, der Quest wegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich so ein Spawnei unbedingt brauche, sondern eher, weil ich die Quest machen möchte. Und es auch wichtig finde, dass man halt die Quests macht. Also, auch wenn sie jetzt, die ist ja, im Grunde ist sie ja nicht schwer, die Quest. Die ist einfach nur teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Die kostet halt sehr, sehr viel Gold, welches ich jetzt momentan Gott sei Dank habe, muss man ja auch sagen. Aber wenn man es jetzt nicht hätte, also am Anfang würde ich die jetzt nicht machen, ne? So, das einmal darum. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß nämlich auch gar nicht, ob die konsumiert werden. Das steht zwar immer bei, aber detected. Ja, die wurden konsumiert. Gut, Villager fehlt uns jetzt. Hier fehlt uns noch ein bisschen Gold. Habe ich das Gold gerade in der zufälliger Weise in der Tasche? Ja, habe ich. Das heißt, das können wir eigentlich auch machen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Sechs Dears, ey. Vielleicht wäre das hier tatsächlich der erste Strang, den ich mal recht schnell fertig habe. So. Oh, da ist sogar eine Loot-Chest mit bei. Das ist ja nice. Da haben sie dann ja auch mal richtig was rausgeholt. So, dann müssen wir mal jetzt wieder runter in den Keller. Das ist immer ein bisschen doof, dass ich jetzt hier in den Keller laufen muss. Ähm, stelle ich auch gerade fest. Aber, oh, Iron haben wir echt wenig, ne? Naja, egal. Aber dafür haben wir jetzt eine Rüstung. So, das Villager-Ei fehlt mir. Oh, verrottetes Fleisch und 10 Gold-Nuggets. Verrottetes Fleisch und 10 Gold-Nuggets. Nuggets, Nuggets, Gold-Nuggets müsste ich in der Tasche haben. Definitiv. Und verrottetes Fleisch haben wir da noch. Äh, ja, das passt. Das heißt, das können wir auch. Dann haben wir jetzt nämlich auch ein Schweinchen. Fisch, rohen Fisch. Da müssen wir mal gucken, ob wir das aus dem, aus dem anderen System rausholen können. Ähm, Booms. Habe ich Knochen? Ich glaube, ich habe nur Knochenmehl, ne? Kann man Knochen irgendwie herstellen? Oder haben wir hier ein paar Knochen? Da sind ein paar Knochen. Aber nicht so viele wahrscheinlich. Oh, 64. Oh, lol. Wo habe ich so viele Knochen denn her? Gegen so viele Zombies, also gegen so viele Skelette habe ich doch gar nicht gekämpft. Sind da noch mehr? Äh, nee, das war uns ein Stack tatsächlich nur. Was brauche ich die noch? Äh, Raw Beef. Raw Beef. Könnte sein, dass wir davon noch was haben. Bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Dann kriegen wir einen Wolf, ne? Ein Wölfchen. Hm. Das wäre... Boah. Genau passend, ne? Nee, gar nicht warm. Mir fehlen zwei, zehn. Aber wir können ja mal ein paar... Äh, wir können ja mal ein paar Dings schlachten gehen. Ein paar Schweinchen. Hm, haben wir eine Waffe oder so, eine anständige? Äh, ein paar Schweinchen, sag ich schon. Ein paar Kühe. Ja, hier ist der End. Und dann haben wir auch gleich wieder ein bisschen Leder und so weiter und so fort. Ich kann auch gleich... Habe ich noch ein bisschen was in der Tasche? Sehr schön. Können wir nämlich gleich wieder Weizen da oben reinpacken? Ah, guck mal, Rubber Tree. Der Rubber Tree ist fertig. Sehr cool. So, einmal... Zack. Da Weizen rein. Und hier ein paar Kühe gleich zerlegt. Ich brauche... Ich brauche Beef. Ich suche Beef. Geh mal her. Geh mal her. Du auch. Sehr schön. Könnt ihr mal in die andere Richtung gehen, damit ihr wieder bei dem... bei dem Teil seid, wo ihr vermehrt werdet. Äh, okay. Das reicht auch schon. Sehr cool. Geht mal rüber zu dem Vermehrautomaten. Da werdet ihr auf jeden Fall mehr Spaß haben. So, hier können wir mal die ganzen Äste weg... Das ganze Blätterwerk wegmachen. In der Hoffnung, dass hier noch ein Setzling rausfällt. Da ist noch einer. Weil... Rubber brauchen wir ja, ne? Wir müssen... Für irgendwas müssen wir Rubber herstellen. Beziehungsweise einen Tree Trap brauche ich dann gleich nochmal. Äh, wir müssen... Für irgendwas brauchen wir Rubber, ne? Für irgendwas brauchte ich das. Irgendwas Wichtiges war das. Das muss ich mir gleich nochmal... Achso, ich habe Dings dabei. Da muss ich gleich nochmal schauen. Laufen die eigentlich? Ja, die laufen auch auf Hochtouren. Das ist gut. Äh, dann machen wir jetzt hier... Machen wir das Gleiche nochmal. Für den zweiten... Ähm... Für den zweiten... Baum quasi. Zack, zack, zack. In der Hoffnung, dass wir dann... Möglichst zügig noch einen bekommen. Vielleicht auch mal zwei Sätze Länge rausbekommen. Mal gucken. So, wie sieht das hier eigentlich aus? Habe ich meine... Ja, die habe ich dabei. Die ist auch wieder in Ordnung. Dann können wir mal die restlichen... Äh, Eichen, die hier sind, weghauen. Eichen? Ja. Oh, ist Eiche, ne? Ja. Können wir die mal weghauen. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen mehr Holzauflager. Wobei natürlich, ich musste ja vorhin schon mal meine ganzen Holzlagerbestände quasi etwas hochfahren, ne? Also meine Lagerkapazität hochfahren. Ist hier sonst noch irgendwo etwas drin? Ist hier noch irgendwo... Ja, da hängt noch einer. Da oben wird dann... Da oben wird mir was hängen nachher... Was hängen bleiben. Äh, das hier weg. Das hier weg. Weg und das auch weg. Dann kommt hier mal die ganzen... Können hier gleich die ganzen Dinge schon rauskommen? Bist du schon gewachsen? Ne, bist du noch nicht. Nicht, dass ich da gleich den Kollegen kaputt mache. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, da muss ich einmal hoch. Und das zerstören. Was ist denn los mit euch? Alles gut? Was habt ihr denn für einen Stress gerade? So, das müsste alles weggehen jetzt. Ich bin wieder raus. Zuck, zuck, zuck. Sehr schön. Cool, das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe da ja Erde draufgestellt. Und obwohl ich da Erde drauf gemacht habe, ist es nicht kaputt gegangen. Das ist ziemlich cool. So, pass mal auf. Oh, ich weiß, was hätte ich eigentlich draußen machen können. Und zwar... Das haben wir jetzt alles zusammen. Detect, Claim. Dann habe ich nämlich das Ei jetzt gekriegt. Ocelot fehlt mir noch. Der Ocelot fehlt mir noch. Das wäre noch so eine spannende Geschichte. Und ich kann trotzdem keine Äpfel aufnehmen. Loll. Ja, wir gehen mal ganz kurz... Gucken, dass wir... Ist denn der Wolf... Wenn ich den jetzt spawne, den Wolf, ne? Ist der denn meiner schon? Also ist der... Ist der schon gleich... Ist der gleich schon mit mir Freund? Oder muss ich den erst noch auffüttern? Wo ist er denn überhaupt? Achso, konnte ich das nicht nehmen, weil das voll war? Wo ist mein... Wo ist mein Wolfei? Mein Wolfei ist nicht da. Da ist noch Peanut Butter. Hä? Wo ist denn das Wolfsei jetzt hin? Oder habe ich das draußen irgendwo noch liegen lassen, weil ich keinen Platz im Inventor hatte? Das kann natürlich sein, dass das geploppt ist, dass es rausgeploppt ist, aber hier noch irgendwo rumliegt. Oh no, da müssen wir das nochmal machen. Das war eine teure Quest. Oder sie wurde gar nicht... Wir haben sie gar nicht gemacht. Das kann natürlich auch sein. Pass mal auf, wir gehen nochmal runter. Habe ich Beef noch? Nee, Beef ist weggegangen. Schade. Schade, Banane. Ich hätte gedacht, dass das... Das ist besser... Na, schade. Ist wohl irgendwie wegge... Backt, weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Was natürlich gut sein kann. Wieso ist denn jetzt hier... Achso, ich habe das gar nicht abgeschlossen alles, ne? Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Da müssen wir nochmal... Und wieso gehst du nicht rein? Oh, weil voll war. Wo ist denn... Wo ist denn Grab? Oder haben wir die noch gar nicht reingesteckt? Das kann auch sein. Ich packe das einfach mal da rein. Ich glaube, das ist nämlich noch gar nicht drin im System. Ich habe da noch Dears. Und XP sind da auch noch ein paar. Die sind bei den... Bei den Schweinen... Äh, bei den Schweinen... Bei den Kühen rausgekommen. Was haben wir denn hier drin? Oh lol. 4. Okay, danke. 4 Oak. Sehr, sehr coole Loot-Chest. Doch, ja. Das ist definitiv etwas, was ich gebraucht habe. Ohne das hätte ich jetzt echt nur ein bisschen gucken müssen, wie ich jetzt klarkomme. Dankespiel, dass du mir jetzt das gegeben hast. Zack, das einmal da rein. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Kann ich hier Punsch trinken? Ne, kann ich weniger gut trinken. So, wir schmeißen jetzt mal die Sachen hier noch mit rein. So, was ist denn hier drinne gerade? Was können wir denn hier von gerade mal... Oh, das können wir uns reindrücken. Dann haben wir wieder... Dann haben wir das. Und Wasser auch einmal hinterher. Okay, dann könnte ich jetzt mal gucken, dass ich meine Tiere, die ich habe... Achso, hier ist noch ein Bienen-Hive, ne? Den können wir mal kaputt kloppen. Und die Biene, die da drin ist, rausholen. Zack. Und die könnten wir nämlich gegebenenfalls in den weiteren Bienenstock reinschmeißen. Wenn wir denn einen hätten, wenn wir einen haben wollen. Oh, guck mal, das dauert hier ganz schön lange, ne? Wir können sie aber auch erstmal beiseite legen. Beziehungsweise auch erstmal ins System reinschmeißen, meinetwegen. Ähm, habe ich hier noch drei Platz? Ja, eins, zwei, drei. Wobei, wir könnten natürlich das Pferdchen, was wir haben, gleich auch ausrüsten, ne? Wo haben wir denn... Wo ist denn das... Hier ist das Fonds. Okay, dann wollen wir das mal spawnen lassen. Unser Pferdchen. Ich finde das ja immer noch ärgerlich, ne? Dass ich... Dass ich den Wolf verloren habe. So, bist du schon meins? Bist du schon anvertraut? Sieht so aus, ne? Ne, doch nicht. Wir sind noch nicht vertraut miteinander. Du magst mich noch nicht. Noch nicht. Aber es wird sich gleich ändern. Ich steige so häufig auf dich drauf, bis du mich magst. Ja, das machen wir. Ach ja, komm schon. Hab dich jetzt nicht so. Zieh dich mal nicht so. Ah, siehst du, jetzt mag er mich. Siehst du, ich wusste es doch. Früher oder später magst du mich. Willst du einen Apfel? Ne? Okay, dann nicht. Komm mal her. Du kriegst mal eine Rüstung. Sehr schön. Jetzt siehst du nämlich schon mal gefährlich aus. Und ich hole auch, habe ich eine, einen Sattel haben wir auch irgendwo. Aber haben wir auch schon irgendwo eine Leine? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, sowas wie eine Leine haben wir tatsächlich noch nicht. Das heißt, ich würde mal sagen, ich müsste das hier mal rausnehmen, ne? Da sind bestimmt, ja, die sind schon übergelaufen. Das heißt, da packen wir jetzt das nächste rein. Das sind jetzt die Blackberry. Hatte ich nicht irgendwas mit? Antischocken. Okay. Korn, Beans, Brokkoli. Achso. Ja. Tomaten. Äh, Ginger. Ne, ich habe was Spezielles gesucht, aber es gerade nicht gefunden. Blackberry haben wir noch nicht, ne? Ne. Das kommt da rein. Rasperries kommen jetzt erstmal da unten rein. Achso, guck mal, ich habe hier noch ein paar Setzlinge wieder. Dann nehmen wir mal, nehmen wir mal Tomaten jetzt als nächstes. Wir müssen das hier abschließen, damit die Fächer bleiben, wie sie sind. Es gefällt mir nicht, dass ich da das letzte Teil rausnehme und dann sind die Fächer auf einmal leer. Das ist doof. Das ist doof, wenn das passiert. Zack, einmal die Füße abgekühlt immer wieder. Und dann müssen wir echt gucken, dass wir unsere Produktionsanlagen hier umbauen. Wo ist der Schlüssel? Gebt mir den Schlüssel. Den Schlüssel, der macht. Zack, einmal das Glas weg. Das brauchen wir nämlich auch gerade nicht. Das einmal, achso, das war ja, ja, das war dumm, dass ich das andere jetzt rausgenommen habe, aber egal. Jetzt kommt nämlich das hier mal einmal abgeschlossen alles. Dann kommt das hier wieder rein. Ich habe hier noch ein Schweinchen und ich habe noch, was fehlt mir jetzt eigentlich noch bei den, bei den, also ich habe sie ja trotzdem erfüllt. Das ist ja schon mal, ach, da ist ein Cooldown drauf, okay. Da fehlt mir, mir fehlt jetzt noch ein Villager-Ei und, und Not-Zalot. Und wie kriege ich denn, oh, wartet mal, kann ich, ach doch, das ist ja in Ordnung, ne, das geht ja. Emerald. Emerald. Emerald bekommen wir beim Sieben von Gravel. Ja, wir müssen Gravel sieben und dann kriegen wir Emeralds raus. Das ist eine ganz, ganz geringe Prozentschance, die, oder eine ganz, ganz geringe Chance, dass wir da was rausbekommen. Wundert mich jetzt gerade, dass es mir schon wieder heiß ist. Das wundert mich jetzt aber tatsächlich. Gut, dann müssen wir mal gucken, was haben wir jetzt hier noch? Das ist noch ein Rabbit. Habe ich das mit der Cow gar nicht gemacht? Oder habe ich, ach, das hatte ich schon fertig, ne? Cow hatte ich schon fertig, genau. Okay. Wo haben wir denn den, den Rabbit? Rabbit können wir gleich mal spawnen lassen. Hier vorne. Kann ich das da oben gegenwerfen? Jo, alles klar, dann ist das schon mal erledigt. Habe ich noch irgendwo ein paar Zäune? Zäune, Zäune, Zäune. Was? Ich habe keine Zäune? Doch da. Ich wollte gerade sagen, 64 sind da auf jeden Fall noch drin, das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich die beiden Schaf und, oh, hallo Pferdchen. Schaf und, oh, das wächst ja gar nicht, das Bäumchen. Schaf und Schweinchen quasi in ein weiteres Gehege reinpacken. Das machen wir aber hier vorne entlang. So, dann haben die nämlich schon mal, zack, guck mal, Schweinchen, Schaf, alles klar. Sind beide da, freuen sich. Das ist cool. Achso, den Sattel wollte ich dafür noch holen, fürs Pferdchen, dass wir den Sattel haben. Und ich wollte gerne eine Leine haben, dass ich das Pferdchen auch anbinden kann, dass mir das jetzt nicht abhaut. Oh, das ist echt, heute ist so eine, oder ich, heute bin bei einer Aufnahme, bin ich hier echt am aufräumen, hin und her tüdeln und so weiter und so fort. Sattel habe ich ja schon zwei Stück. Guck mal, da wäre auch noch eine Rüstung gewesen, aber ich wollte die Rüstung ja haben, um die Quest abzuschließen. Darum ging es mir ja hauptsächlich. So, einmal hier drüben gucken. Oh, guck mal, hier Pilze. Sieht auch schon wieder gut aus, da können wir auch mal wieder reingehen. Zack. So, jetzt kann man dich nämlich auch reiten, ne? Juhu. Juhu. Jetzt können wir nämlich auch hier überall rumreiten und den ganzen Typen, die hier sind, Furchteinflüssen, indem wir an die vorbeireiten und sie überreiten. So machen wir das Pferdchen. Was hältst du davon? Das ist ein guter Plan, ne? Ah, sehr schön. Ein Pferdchen finde ich gut. Zack, wir müssen nur noch mal eine Sling dafür haben, dass ich das hier anbinden kann, das Pferdchen. So, jetzt ist natürlich der letzte Baum. Wenn ich den jetzt abreißen würde mit meiner Lumber-Ex, würde ich auch gleichzeitig den Zaun abreißen. Na, scharf? So, da bekommen wir schön Wolle die ganze Zeit. Das ist auch sehr gut. Pass mal auf, bei euch kann ich auch eigentlich auch mal, ich kann da nicht rüberspringen, einfach so. Ah, guck mal, ich habe eine Sling dabei, eine Slingshot. Ich habe so viel Erde mittlerweile, dass ich eigentlich euch auch mal die, jetzt hätte ich natürlich eine schöne Schaufel dabei haben können, ne? Das wäre ja, das wäre richtig. Oh, hier oben ist ein Monsterspawn drauf, das ist nicht schön. Ah, ich habe keine Fackeln dabei. Äh, zack, einmal die beiden mit. Eine Sling mit Slime. Slime haben wir hier vorne, ne? Äh, davon brauche ich mal ein paar. Ich weiß nicht, wie viele. Ich brauche Fäden, glaube ich, dafür. Lass mal ganz kurz gucken. Nach dem Rezept. Ja, siehst du, so ist es. Oder, ne, keine Sling. Wie heißt es? Lied. So wie, so fast wie, wie Führer, ne? So, wo ist mein Pferdchen? Da. Pferdchen, komm mal her. Zack. Und zack. Dann kannst du nicht zu weit weglaufen. Dann sind wir uns da schon mal einig, dass du an einem gewissen Platz stehen bleibst. So, ich wollte noch eine Schaufel holen. Einmal die Schaufel. Das kann da rein. Das brauche ich auch nicht gerade. Lass mal ganz kurz gucken, was der Honig hier drüben macht. Genau, der ist auch fertig. Oh, ich habe schon wieder Dings eingenommen, eingesammelt. Und dann wollte ich jetzt in dem Bereich, was an der Stirn, ähm, in dem Bereich hier vorne bei den Tieren. Zack. Oh, ich hätte natürlich auch mal einen Gatter reinbauen können, ne? Zack. So, hier einmal ganz kurz den Sand rausholen. Und das natürlich auch mit schönen Boden verkleiden, damit die, damit die auf, äh, auf Gras laufen können und nicht hier auf Wüstenboden. Auch wenn das Wüstentiere sind. Ne? Ihr seid ja in der Wüste geboren. Standardmäßig. Solltet ihr doch in den schönen Grasboden als, als Dings haben. Als Untergrund. So, zack, zack. Aber ich will euch nicht hauen, weil ihr seid die einzigen, die ich habe. Na komm, genau, weg. Aber ich mache es trotzdem. Das hat euch jetzt ja nicht so, so doll wehgetan. Sehr schön, das passt. Pferdchen kann sich aussuchen, wo es hinlaufen möchte. Du darfst da und da laufen. Also alles selbstbestimmt quasi. Und dann stelle ich hier nochmal ein Bäumchen und da nochmal ein Bäumchen hin. Dann kriegen wir da auch ein bisschen Schatten. Sehr cool. Also das läuft. Das haben wir jetzt auch weg. Alter, ich habe jetzt vier oder fünf Folgen gebraucht, um alles aufzuräumen und alles ein bisschen hinzusortieren. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. So, obwohl den einen Sling kann ich behalten. Die Biene weiß ich momentan nicht, wohin damit. Ich hätte gerne mehr Emeralds. Kann man das irgendwie bewerkstelligen? 28. Was ist hier? Das läuft schon da raus immer, ne? Oh, du hast jetzt schon wieder dein Iron Mesh kaputt gemacht? Oh, lol. Das ging ja mal schnell. Das ging ja richtig schnell. Hat er denn so viel da rausgeholt die ganze Zeit? Dass er sich jetzt schon wieder ein neues Iron Mesh verdient hat? Das ging ja, das geht ja richtig fix, ne? Wie ist denn da so die Haltbarkeit? Wird das angezeigt? Ja, so ein bisschen. Ah, ja, okay. Das ist halt, das ist nicht schön, aber selten, ne? So, ich nehme mal die ganzen Flints da raus. Dann können die da rein. Ich brauche was zu trinken mal wieder. Und dann wollen wir mal gucken, mit was für welchen Furnissen wir jetzt gleich vorgehen. Beziehungsweise, wir haben ja noch die andere Quest, wo wir Iron Furnisse bauen sollen, ne? Furnisse. So, machen wir das weg. Und zwar hier diese Geschichte. Soll ich ja drei Iron Generator bauen? Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.